Das kann unmöglich wahr sein. Öffne mal die Tür. So, Schlüssel der Beschwörung aufgenommen, alles klar. So, den müsst ihr öffnen und hier oben, seid ihr woanders? Warte. Wenn du dich verwandelt hast, da oben hast du so einen Geier mit so einem Dings, da ziehst dich lang hoch. Das ist der Ritualraum. Da rennst du durch und öffnest. Aha. Hier hinten rennst du einmal rum, einmal hoch. Da drüben ist der Stromkasten. Aha, okay. Hier wurde es kaputt. Gut. Quasi so. F. Rennen, rennen, rennen. Oh, ist das so hoch? Der Fluch, der schläft. Ja, ich hab den gerade. Warte. Öffne jetzt hinten die Tür. So, mach auf hinten. Oh. Hinter dir. So, ich komm jetzt. Kann jetzt hinten die Tür aufschlagen. Zack. Okay. Gut, okay. Kein Immobilien mehr. Jetzt kannst du ein Messer mit Instantly. Ich hab kein Messer. Doch. So. Wo hab ich ne Messer? Ich kann nicht. Ich kann nicht mal auswechseln. Hier ist der Quick Revive. Hier. Wo wirst du den wirbeliebt? Gibt's ja auch noch ein bisschen was. Warte. Kann man sich ja auch holen. Oh. So, ich hab nen Komi genatscht. Ach. Ach, hier ist doch ne Olle. Was willst du denn? So, ich hab nen toten Kopf aufgenommen bin. Wer will jetzt dein Glück versuchen? So. Gib mal Meldung hier. René, du bist Chef hier. Wenn du den zweiten Flugding hast. Hinten beim Kran. Träf noch. Nimmst dir das Ding hier. Und machst hier an dem Kran. Ist nochmal so ein Stromteil. Müsste aktivieren. Ach so. Hoch, 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 hoch. Hier hoch. Machst du von hier. Kannst du das Teil machen. Und den Automaten hinten aktivieren. Eigentlich habe ich. Eigentlich müsste jetzt was passieren. Ist was passiert? So, dann kannst du nämlich hier vorne. So, wenn du den Kram aktiviert hast. Hast du hier vorne das Besteck hier. Hier? Das ist ein Besteck? Besteck. Ja. So. So. Jetzt kommen die Wester. Okay. Ääh. Abhauen. Warte. Die Wester. Hier. Ich lauf um dem Auto rum. Ist das okay? Okay. Die Wester weg. Und was jetzt? Immer hinten in den Raum. Macht sie eine andere Waffe? Ja. Okay. Ich folg dir einfach mal hier. Ich folg dir einfach mal hier, wa? Ihr könnt auch draußen bleiben. Ihr müsst nicht unbedingt mit drin kommen. Ihr könnt auch draußen. Weil dann renne ich alleine um den scheiß Raum rum. Ja, ja. Dann mach du das mal und dann sagst Bescheid. Ja, durch. Da ist ein Surik hier mal ein bisschen was. Vielleicht findet er hier ein bisschen was. Alter. Dann komme ich später. So weit rein. Gut. Also hier findet man eigentlich nicht mehr so viel. Halt. Hier war was? Was war denn hier? Hier war doch eben gerade was. Ne. Zu bester will ich nicht mehr werden. Oh. Ein paar Zombies abknallen. Ja. Wo bin alle? Ich tut. Ja, ich komm vielleicht da zu dir hoch da. Das war das schon mal? Läufst du hoch oder wie? Oder? Ich weiß noch nicht mal wo es hoch ist. Ich glaub da hinten jetzt. Da hinten jetzt. Aber renne ist ja schon wieder. Auf dem Posten. Ihr habt Blut an den Händen. So. Dann nehmen wir mal hoch. Oder was? Wir bringen alles wieder in den Altenzustand. Nur ein weiteres Opfer. Euer Opfer. So. So. Was ist denn wenn die Viecher jetzt wieder kommen? Was ist denn jetzt? Wie können wir denn hier flüchten? Ich kann eh da nicht rein. Na hier ist ja... Ich geh da nicht durch. Es muss dein Altenraum sein. Was ist denn da, René? Da kommen wieder die Hirten. Recht zu Ende sehen. Ok. Wir warten hier was hier draußen. Achtung. Hilfe. Ich bin da hin. Ich brauche eine Wiederbelebung. Ich kann nicht. Ich bin auch tot. Ich bin auch tot. Scheiße Mann. Hör doch auf. Schon wieder abgebrochen?